Der Anlass ist, dass wir seit Anfang des Jahres kein Geld vom Land Sachsen mehr für unsere Bildungsarbeit erhalten und die Grünen jetzt dankenswerterweise einen Antrag im Stadtrat eingebracht haben und wir sind heute hier, um Gesicht zu zeigen, um uns dafür auszusprechen, dass dieser Antrag durchkommt, damit wir unsere Bildungsarbeit zu queeren Themen in Leipzig zumindest in einer Minimalvariante absichern können. Dafür standen im Rat 60.000 Euro aus der Leipziger Haushaltskasse zur Debatte, mit denen der Rosalinde e.V. bis Ende des Jahres zumindest eine Vollzeit bzw. zwei reduzierte Stellen finanzieren könnte. Das bedeutet, es sind ja auch kommunale Mittel, wir können dann nicht mehr in die Landkreise gehen. Das ist natürlich schade auf der einen Seite, weil es da besonders notwendig wäre, auch diese Arbeit zu machen. Andererseits wären wir froh, überhaupt irgendwie weitermachen zu können und dann auch zu schauen, wie können wir langfristig wieder an andere Mittel kommen. Seitens der StadträtInnen erfuhr das Projekt eine breite Unterstützung. Weil diese Arbeit in dieser Intensität, in diesem Umfang und in dieser Qualität in Leipzig ausschließlich von diesem Verein geleistet wird und werden kann. Uns ist bewusst, dass dies nun alles sehr kurzfristig erfolgt, aber wir finden die Arbeit der Rosalinde bei diesem Projekt für unverzichtbar. Denn sie ist auch sehr erfolgreich und wird gut nachgefragt. Normalerweise gibt es für Leipzig im Jahr ca. 75 Workshops an Schulen, dazu Begleitung von 18 Regenbogen-AGs, vier Schulen der Vielfalt, 34 Fortbildungen und 17 Fachberatungen. Allein im ersten Quartal dieses Jahres mussten 24 Workshops abgesagt werden. Bis zu den Sommerferien waren die Workshops schon ausgebucht. Auch gegen den Projekt langjährig aufgebaute, hauptamtlich Beschäftigte und ehrenamtlich engagierte Jugendliche verloren. Mit 42 Ja-Stimmen wurde der Antrag am Ende positiv beschieden. Die Freibeute hatten ihn abgelehnt, weil ihrer Meinung nach die Kommune nicht für die fehlende Landesförderung einspringen sollte. Im Sächsischen Landtag läuft aktuell ein Antrag der linken Fraktion zur Errettung des Projekts auch in den Landkreisen. Die StadträtInnen der SPD appellierten ebenfalls eindringlich an den Oberbürgermeister, sich auf Landesebene dafür einzusetzen, dass die Landesförderung verlässlich fortgesetzt werden kann.